...reiches Volk. Mittlerweile ist diese Melodie bekannt auf der Erdenscheibe als Klassiker der Spielmannskunst. Und ihr kommt jetzt in den Genuss unserer Version, die wir gerne nennen, wie ruiniert man einen Klassiker. Und wir spielen euch diese Stücklein auf jenen zwei, lässt mal reinkommen, Töne raus. Und ich sag's vorweg, wir spielen das Stück zweistimmig und zwar jeder von uns. Wer fängt eigentlich an? Du! Ich! Du! Ich! Ja! Nein! Oh! Ich! Ich! Musik 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 Musik